Eigentlich könnte das Leben im eigenen Haus und Garten so angenehm sein. Wären dann nicht immer diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein fehlender Sichtschutz und die offene Einfahrt, die ihre Privatsphäre einschränken. Oder Dinge, die extra Arbeit machen. Zum Beispiel die Sache mit dem Zaun. Holzzäune muss man ständig streichen. Maschendraht schützt nicht vor neugierigen Blicken. Und Hecken muss man immer wieder schneiden. Sie wollen die wenige Freizeit doch wohl bestmöglich genießen. Holzgeländer werden morsch und damit ziemlich gefährlich. Von Gartenmöbeln und dem Auto gar nicht zu reden, wenn sie jedem Wetter ausgesetzt sind. Sie wollen es sich leichter machen? Dann besuchen Sie am besten gleich Kreativ Zaundesign. Besprechen Sie Ihre Probleme mit unserem erfahrenen Team und wir finden die perfekte Lösung für Sie. Kurz darauf können Sie alles haben, was Ihr Herz begehrt. Einen hochwertigen Gartenzaun samt Sichtschutz, eine manuelle oder elektrische Toranlage und das natürlich absolut pflegeleicht und wartungsarm. Dazu perfekte Überdachungen für Terrasse, Auto oder Ihren Eingangsbereich. Oder aber ein neues Geländer, das ganz bestimmt nicht morsch wird. Ihr Auto und Ihre Gartenmöbel bekommen natürlich ein eigenes Dach über den Kopf, damit Sie Wind und Wetter besser standhalten. Und Sie? Ja, Sie können jetzt auch im Regen in Ihrem Garten sitzen. Und auf Wunsch liefern wir Ihnen natürlich auch Poolumzäunungen, kümmern uns um die nötigen Betonarbeiten und vieles mehr. Denken Sie an die Sicherheit Ihrer Kinder und deren Freunde. Holen Sie sich schon mal einen Vorgeschmack auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.